das mache ich nicht doll das mache ich ganz 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 soft eigentlich das hilft mir zu meinen dass ich im rhythmus bleibe und es hat auch so einen leichten percussiven effekt ich darf es nicht zu doll machen dann bleibe ich erst mal in diesem rhythmus in diesem flow und es hat auch diesen leichten percussion effekt dass ich dann eben diesen gerufen mit darstellen kann also das ist ein bisschen wie sonst näher schlag